Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Heute wollen wir uns ganz kurz angucken, was eigentlich Booleans sind. Booleans sind ein ganz spezieller Wert, das heißt eine ganz spezielle Art und Weise, ähnlich wie Integer, String oder Character. Und ja, es ist ein Variablentyp, der einen Wahrheitswert darstellt. Das heißt, wir haben hier, und ja, das sehen wir auch relativ schnell bei EFAP-Fragen, wir haben hier die Möglichkeit, eine Variable zu erstellen. Nennen wir ihn einfach mal Wahrheitswert, okay, das ist sehr lange, und haben den Typ Boolean. So, und dieser Wahrheitswert, der kann jetzt nur zwei Arten von Wert haben. Im Endeffekt ist es ein Bit, ja, und zwar einmal True und einmal False. True steht für wahr oder ja oder eins oder sowas, und False steht im Endeffekt für das Gegenteil, also falsch oder unwahr oder eben null. Und nun kann ich mit diesem Booleans einiges machen. Ich kann die nämlich zum Beispiel verknüpfen, ich kann damit in EFAP-Fragen reingehen und so weiter und so fort. Und das ist fast eine eigene Mathematik geworden in der letzten Zeit. Oder was heißt in der letzten Zeit, schon eine halbe Ewigkeit her, aber egal. Genau, man kann im Endeffekt diese EFAP-Fragen hier, das sind ja auch Wahrheitswerte. Das heißt, ich kann in mein Boolean hier was reinschreiben, was nicht True oder False ist, sondern ich kann einfach sagen, A größer B. Denn das hier ist eine Berechnung, okay. Eine Berechnung wie Plus, Minus, Mal geteilt. Und ja, ich habe euch noch nicht wirklich die Berechnung gezeigt. Das liegt einfach daran, dass sie quasi selbsterklärend sind. Das heißt, ganz kurzer Exkurs hier. Klar, ich kann natürlich sagen, war C ist gleich, vom Typ Int natürlich, ist gleich A plus B oder A minus B oder A mal B oder A durch B. Wobei ich nicht durch, wobei ich nicht in ganz eine ganze Zahl reinschreiben kann, was vielleicht bei einer Division rauskommt, weil das selten eine ganze Zahl ist. Denkt da dran. Aber ja, im Endeffekt sind das die Grundoperatoren, die muss man eigentlich nicht wirklich erklären. Das ist halt Plus, Minus, Mal geteilt. Das ist halt nichts Besonderes. Aber für Wahrheitswerte haben wir andere Operatoren. Und zwar welche, die vergleichen. Das heißt, ist A größer als B? Da gibt es nur eine Antwort, ja oder nein. In dem Fall ist es nein. Nein, das heißt, man kann sich das hier auch ausgeben lassen, indem man zum Beispiel sagt Printline und dann möchte ich gerne meinen Wahrheitswert ausgeben. Und das ist ziemlich spannend. Da kann ich nämlich dann vergleichen und überprüfen, ob manche Sachen so sind, wie sie sind oder eben nicht. Das heißt, ich kann hier sagen, okay, hier steht jetzt plötzlich ein False drin, weil eben A nicht größer ist als B. Wir können uns hier A kleiner als B überprüfen. Naja, dann steht hier natürlich auch True drin. Wir können jetzt aber auch A auf Gleichheit überprüfen. Und Gleichheit ist so eine Sache. Wenn ich jetzt nämlich nur ein Ist gleich reinschreibe, dann ist das ein Fehler. Denn dann versuche ich hier A gleich B zu schreiben. Also ich möchte A den Wert B zuweisen. Also das, was in B drin steht. Das heißt, ich möchte hier diese 10 überschreiben mit 1337. Das darf ich dann nicht machen. Das muss ich in eine separate Zeile schreiben. Hier darf ich das machen. A gleich B. Überhaupt kein Problem. Kann ich jederzeit machen. Aber wenn ich vergleichen möchte, dann geht das nicht. Dann brauche ich zwei Gleichheitszeichen, damit mein Compiler weiß, das ist ein Vergleich, das ist keine Zuweisung. Das heißt, ein Gleichheitszeichen ist eine Zuweisung. Das heißt, ich möchte einen Wert in die Variable A reinschreiben. Zwei Gleichheitszeichen vergleicht mir zwei Werte. Und das in diesem Fall gibt das natürlich auch ein False aus, weil natürlich 10 nicht gleich 1337 ist. Wenn ich jetzt hier allerdings natürlich 1337 reinschreibe, bam, kommt ein True raus. Und das ist der zweite Wert, den ein Bullieren annehmen kann, war oder eben falsch. So, nun könnt ihr euch vorstellen, ich kann diese ganzen Dinger hier auch kombinieren. Das heißt, ich kann schreiben, wenn A gleich gleich B ist, also wenn A gleich B ist und aber auch noch was anderes gilt, also zum Beispiel und 42 ist größer als 5. Dann habe ich diese zwei Dinge hier verknüpft. Dann muss das beides gelten, damit mein Wahrheitswert True wird. In diesem Fall gilt auch tatsächlich beides, aber sobald eins von beiden nicht mehr wahr ist, das heißt, wenn jetzt hier 42 kleiner als 5 stehen würde, was ja logischerweise falsch ist, dann ist der gesamte Bullieren falsch. Auch wenn das hier vorne auf wahr ist, wenn hier das zwar immer noch stimmt, also 42 ist ja größer als 5, das ist das Ding hier, aber auf der anderen Seite steht A größer als oder kleiner als B, was ja hier auch nicht mehr der Fall ist. Die beiden sind ja gleich groß, also ist A nicht kleiner als B, ja, das ist also auch falsch. Dann ist der gesamte Ausdruck hier hinten auch falsch. Denn es müssen, wenn ihr hier ein Unstehen habt, auch wirklich beide wahr sein, okay? Also wirklich, es müssen beide wahr sein. Anders ist das bei einem oder. Wenn ich hier zum Beispiel ein A gleich gleich B oder 42 größer als 5 habe, das ist jetzt logischerweise sowieso gleich, sowieso beides wahr, das heißt, das ist wahr und das ist wahr. Also ist der gesamte Ausdruck hier auch wahr in meinem Wahrheitswert hier. Aber wenn eins davon falsch ist, ist der Gesamtausdruck immer noch wahr. Das heißt, A ist ja B, ja, die beiden sind ja gleich, 1337, 1337. Und 42 ist ja offensichtlich nicht kleiner als 5, aber es reicht in diesem Fall mit einem oder eins von beiden aus, was wahr ist. Das heißt, hier kommt immer noch in meinem Wahrheitswert ein True raus. Das heißt, weil eben A gleich B ist, 42 kleiner als 5 ist uns dann schon völlig egal, weil eben hier vorne schon das Ganze erfüllt ist und das mit einem und verknüpft ist. So, ihr könnt das jetzt hier machen, wie in der Mathematik auch. Ihr könnt hier Klammern drum setzen und dann natürlich noch viel, viel mehr damit kombinieren. Das heißt, ich kann hier sagen, A gleich gleich B oder 42 kleiner als 5 und das Gesamte hier, das wissen wir jetzt, ist True. Aber ich kann hier zum Beispiel auch noch sagen und, und jetzt noch was reinschreiben, also zum Beispiel eben, ähm, was könnte ich noch reinschreiben? Ähm, ähm, hallo von 0, ihr erinnert euch an die Arrays, gleich gleich H, ja. Und das, also der Ausdruck hier ist wahr, ja, also kleiner Durchlauf, wie das Ganze hier funktioniert. Der Ausdruck hier ist wahr, der Ausdruck hier ist falsch. Da wir hier ein oder haben in der Mitte, ist dieser gesamte Ausdruck mit den Klammern wahr. Und jetzt muss ich ein und hier berücksichtigen, das heißt, dieses und, naja, was macht das wohl? Das verknüpft wieder diese beiden Aussagen, also einmal das hier vorne dran und einmal das hinten dran. Und es müssen beide wahr sein, damit mein Wahrheitswert wahr bekommt, okay? So, schauen wir doch mal, was hierbei rauskommt. Es kommt True bei raus. Woran liegt das? Naja, hallo ist ein String. Ich greife an den ersten Buchstaben drauf zu. Ihr erinnert euch an mein String-Tutorial? Das ist ein H, das heißt, ich überprüfe hier, ist der erste Buchstabe ein H, was er ja logischerweise ist. Also, logischerweise ist das hier auch True. Das heißt, das ist True und das ist True. Und wir verknüpfen das beides mit einem Und. Also muss beides wahr sein, damit in meinem Wahrheitswert ein Und steht. Was aber auch der Fall ist, also steht in meinem Wahrheitswert ein True drin. So, und jetzt kann ich sogar noch hergehen und kann mit diesem Wahrheitswert irgendeinen Vergleich machen. If Wahrheitswert, also wenn hier True drin steht, dann für folgendes aus. Print Line Wahrheitswert zum Beispiel. So, und das ist schon ziemlich cool, weil, ja, wir haben jetzt hier schon einen Vergleich gemacht mit diesem Wahrheitswert. Wir hätten das theoretisch auch komplett hier reinschreiben können. Also ich kann das auch hier so eintragen und mir diese Zeile Code hier sparen, wenn ich das möchte. Das geht auch. Es ist allerdings natürlich vielleicht nicht ganz so toll lesbar. Ja, ähm, ja gut, ich kann den Wahrheitswert jetzt nicht mehr ausgeben. Logischerweise, weil ich keinen Wahrheitswert mehr habe. Und jetzt steht hier eben True, weil eben dieser ganze Kram hier auch als wahr ausgewertet wurde. Aber ich finde es ein bisschen übersichtlicher, wenn man das auslagert in diesem Bullieren. Würde ich euch für den Anfang auf jeden Fall empfehlen. Jetzt noch eine Kleinigkeit, die ich auch machen kann. Ich kann natürlich auch Bullierens benutzen. Das heißt, ich kann hier im Endeffekt sagen, okay, eigentlich ist das ja alles hier ein Bullieren. Das heißt, meine Wahrheit 1, also Wahrheit 1 vom Typ Bullieren ist gleich A gleich gleich B. Und ihr seht wahrscheinlich schon, worauf das hinausläuft. Wahrheit 2 auch vom Typ Bullieren ist gleich 42 kleiner als 5. Dann kann ich nämlich hier das schon ersetzen durch Wahrheit. Ne, machen wir noch ein bisschen mehr. Wachen wir Wahrheit 3 hier raus. Und Wahrheit 3 definieren wir als Wahrheit 3. Bullieren ist gleich Wahrheit 1. Oder Wahrheit 2. So. Und ihr seht, was jetzt hier gerade passiert. Ich kann diese Dinge hier auch so kombinieren, also als wirklich einzelne Variablen. Das ist eine Variable hier, oder eine Konstante in diesem Fall, die einfach überprüft, ob A gleich B ist. Das hier überprüft genau dasselbe. Dann verodere ich diese beiden Variablen und dann verundere ich eben auch noch Wahrheit 3 und diesen Stringvergleich hier hinten. Und falls dann das Ding true ergibt, dann gebe ich es aus. Also ihr seht, das Ganze wird relativ schnell sehr, sehr komplex. Aber ja, im seltensten Fall brauche ich wirklich solche komplexen Abfragen. Hier meistens reicht mir eine ganz normale Abfrage und dann reicht es auch eigentlich, wenn ich das hier in die If reinschreibe. Aber vielleicht ist es ganz nützlich, am Anfang mal damit ein bisschen rumzuexperimentieren und sich auch das Gehirn so ein bisschen dran zu zermatern. Das heißt, wenn ihr das Ganze jetzt gerade nicht verstanden habt, so direkt, dann schaut euch am besten das Video einfach nochmal an. Dann wird es relativ schnell klar. Nehmt euch einen Stift und Papier und ja, das meine ich ernst und probiert das einfach auch mal selber aus. Alles klar, das war es von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.